Und damit herzlich willkommen zur Verlängerung. Sami Khedira, der das Tor geschossen hat in der 90. Minute, ist jetzt erstmal erleichtert. Aber jetzt gibt es noch die Verlängerung und jetzt müssen wir gegen Italien standhalten, ganz klar. Und jetzt können wir wirklich alles schaffen. Kandreva. Hommels Neuer. Wichtig, dass er den Ball sicher fängt. Oh Gott, Kolumbi hatte den Elfmeter eigentlich schon. Aber jetzt, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf das Spiel. Es scheint echt wichtiger jetzt zu sein. Khedira. Und der ist leider im Abseits. Brands. Gündogan. Müller. Müller. Mega Schuss. Müller. 3 zu 2 für Deutschland, Mann. Superman. Ich fass es nicht. Was ist das denn jetzt für eine Halbzeit gewesen? Und jetzt in der Verlängerung können wir alles klar machen. Müller. Wichtig. Noch ist nichts entschieden. Noch kann alles passieren. Thomas Müller. Erstmal das Tor. Das sind echt Emotionen gerade bei mir. Jetzt bloß nicht ihn reinlassen. Neuer. Ganz entspannt. Brand. Und es gibt noch eine Verlängerung. Halbzeit. Und... Die Franzosen spielen noch gegen die Südafrikaner. So, aber noch ist nichts geschafft, liebe Leute. Manuel Neuer. Khedira ist ja der Matchwinner. Er wäre es für mich. Er wäre für mich der Held. Nächste Chance. Thomas Müller. Aber da kommt er, glaube ich, nicht mehr hin. Oder doch. Müller. 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 Es gibt keinen Elfmeter. Okay. Schade. Aber jetzt Schweinsteiger. Jetzt muss Italien, ja. Ich denke, ein paar Räume werden sich nochmal machen. Für mich. Martin. Neuer. Super abgewehrt. Das ist wichtig, dass wir so ein Torwart da hinten drin haben. Noch ein paar Sekündchen. Oder ein paar Minuten noch. Dann ist diese Partie auch vorbei. Brand. Eckball. Super von Schürrle. Jetzt noch einmal. Thomas Müller. Geht zur Eckfahne, Junge. Macht das. Er macht's. Thomas Müller. Noch einer. Noch einer. Oh. Schweini. Und das war's. Deutschland ist im Halbfinale und gehört zu den besten vier Teams der ganzen Welt. Leute. Das wird erstmal wirklich in die Geschichte Gamecraft HDs gehen. What ist jetzt passiert? Leute. Das kann man nicht mehr erklären. Das ist überragend. Das ist überragend. Frankreich spielt noch gegen Südafrika. Ne. Nicht mehr. Frankreich gewinnt. Und somit ist glaube ich Frankreich unser Halbfinale-Gegner. Leute. So was habe ich noch nie in meinem ganzen Leben erlebt. Müller. Hat ein Elfmeter verschossen. Den gegen den Pfosten gesetzt. Und Khedira zieht ab. Martin. Leute. Und dann macht Müller wirklich noch das entscheidende Tor. Alter. Ich kann nicht mehr. Das ist sowas von krass gewesen. Wow. What the fuck. What the fuck. Schaut euch an. Wo steht das? Äh. Da steht er jetzt nicht. Enttäuschung nach. Ich glaube International. Ja hier. In der heutigen Zwischendeutschen könnte sich Deutschland natürlich nach einer äußerst unterhaltsamen Partie im Zeitfinite der FIFA World Cup einziehen. Zwar ein schwieriges Spiel für uns. Wenn man die Phase eines so bedeutenden Verstößt. Dann gibt es kein einfach keine. Keine einfachen Siege mehr. Aber die Jungs waren voll auf die Höhe. Ich könnte kaum glücklicher sein. Das sagte ich. Boah. Ja. Emotion pur. Und wer ist der nächste Gegner? Ist die Frage. Emotion pur. Das ist nicht mehr normal Leute. Frankreich ist ja der nächste Gegner. Das wussten wir schon am Anfang an. Und da erwarte ich echt nichts mehr. Wirklich. Da ist wirklich jetzt Schluss. Italien hätte schon Ende sein müssen für uns. Das ist echt nicht mehr zu toppen. Das ist echt nicht mehr zu toppen hier. So Italia. Ist raus. Mal gucken. Die Halbfinals. What the fuck. Spanien gehört zu den besten vier Teams der Welt. England natürlich auch. Kann sein, dass England ja wieder gegen Deutschland spielt im Finale. Wer weiß. Wer weiß. Die Argentinien ja knapp ausgeschrieben gegen England. Das geht gar nicht mehr. Was gegen Italien passiert ist. Das übertrifft echt alles. Leute. So. Giro Immobile. Der hat mich eigentlich schon aus dem Turnier gekickt. Und dann auf einmal macht Ghedira noch sein Tor. Er ist auch so wichtig. Leute. Schaut euch das mal an hier. Luis Adriano. Bisher die meisten Tore. Südafrikaner. Es geht echt nicht mehr klar hier. Torvorlagen haben wir noch ein paar. Chalan Nodu sogar. Ohne Gegentor. Hugo Lloris. Sayuba. Ruben Neuer ist auf Platz 8. Aber egal. Also relativ egal. Rote Karten ist auch egal. Also wir sehen uns dann im nächsten Spiel. Im großen Halbfinale. Gegen Frankreich. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.